Moin Sie Kinder, der Anki hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir spielen wieder Wokong, Kapitel Nummer 3. Weißer Schnee und Eis ist kälte. Also ich vermute mal, es geht in, äh, ja, in Schnee, ne? Nicht lang schnacken, starten. Tode Null, ne? Wir haben ja letztes Mal, letztes Mal hier Dings, den Rattenkönig da gekillt. Und, äh, das war schön. 66 Mal sind wir gestorben. Gut, zwischendrin haben wir dann noch so einen geheimen Boss gefunden. Weil ich irgendwann keinen Bock mehr hatte. So, da ist ein Bro. Die Mucke ist auch recht, recht, ähm... Okay. Der ist recht langsam, aber. Haha. Du wolltest schon werfen, ne? Aggressiv ist... Siehst du immer nix, wa? So. Haha. Schön gemacht. Ich find's immer noch sehr schön. Trotz meiner Grafikkarte. Vor dem Flugsimulator wird wohl ne neue rein müssen. Sakre blöd. Was ist da? Geht's da hoch? Haben wir ne Taschenlampe? Wieso leuchten wir? Ach, brö. Gott sei Dank hab ich mir nen Tee gemacht. Trotz hier schon wieder widerlich, gell. Jeder, was? Seht ihr das? Da ist noch so ein Bro. Uh, was ist denn das? Lass mich in Ruhe. Was soll denn das? Was soll denn das? So. Das ist ja stressig hier. Wie wir sehen, sehen wir neue Gegner. Was gibt's? Was war ich mit dem Gold? Oh, Entschuldigung. In dem Laden kann man ja was kaufen, ne? So, ich war von da oben, bin ich gekommen, wa? Ja, ja, da bin ich dann. Hä? Ja, ja. Von da hinten bin ich gekommen. Hm. Jo. Trink mal. Ist das kalt. Oh, was geht's? Oh, jetzt. Gar kein Bock mehr auf den Spaß. Ledermäuse und was der Teufel, was alles gibt, wa? So. Die Liddi, die, 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 die. Da geht's nicht. Oh, oh. Ich hör was. Schnee-Hügel-Pfad. Schade, dass der Typ mit der geilen Klampe nicht mehr da ist. Ach. Geis. Ach. Unser erstes Räucherstäbchen. Mach mal Schnee weg. Wurscht, oder? Schmiede. Schmiede. Was können wir schmieden? Geil. Rüstung herstellen. Was ist das? Rockerfarbene Kampfrohre. Illusion und Dummklaide sind in den gelben Wind gehüllt, der Ihnen eine beträchtliche Menge Schadensreduktion verleiht. Okay. Ja, mach mal. Das ist jetzt die... Ich bin vor allem für eine kurze Zeit die kritische Trefferchance moderat. Illusion und Subjektate. Dann brauchst du mehr Eisenblätter. Ja, gut. Wo gibt's denn das? Okay. Ah, nein. Uh. Was ist denn das? Bronzene Halbstiefel. Die hätte ich gehört. Aber keine Materialski. Gut. Na gut. Was ist da? Was ist da? Encyan. Ich hab letztens mal so ein Encyan Schnaps getrunken. Sehr lecker. Auch gesund. Mein Hund tippelt in dem Hintergrund so ein bisschen durch die Gegend. Lasst euch davon nicht ablenken. Was ist hier? Oh, oh. Also wir haben ja auch einen Geistefunken. Den müssen wir auch noch verteilen. I don't like this. Uh, die Szene kenne ich ja auf der Vorschau. Aus dem Trailer. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Mann, dieser Hust händler hustet. Der nervt. Okay. Okidoki. Wo ist denn dieses F-Schen hin? Na, 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 na. Geht's da unten auch weiter? Scheint so. Ah ja, da sind wir schon mal richtig. Ey. 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 Was soll denn das? So nicht, wa? End sie an. Ob das reicht, weiß ich jetzt nicht. Ja, reicht. Die nehmen wir mit. Mein, Tee schon wieder alle. Na ja. Na ja. So. Aha, wusste ich doch. Mir geht's nicht. Hä? Jetzt komm, Leute. Da hättet ihr mindestens noch einen Stein hin machen können. Da nicht weiter geht's. Sehr albern. Zettel. Mit Zettel liegen, wo ich meine Notizen drauf habe. Steht drauf. Alles Wichtige. Okidoki. Okidoki. Sind wir hier. Weiter geht's. Da gibt's Geistes. Das ist ja nicht. Der lebt. Der lebt. Was haut denn der noch? Der ist schon tot. Prügelhaini. Mein Gott. Ok. Ist das jetzt schon der erste Bosskampf, wa? Maakenhäuptling. Maakak... Maakakenhäuptling. Maakakenhäuptling. Aha. Ok. Gut. Hier entlang. Wäre eine geile Idee. Dann sehe ich ihn mindestens. Hey, 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 hey. Nicht schlecht, Kollege. Da geht's auch. So. Okay. Und? Was machst du? Okay. Das war nicht nett. Aua! Das fängt schon wieder an. So, was habe ich denn hier? Frost? Äh, kein Frost? Fängt schon wieder an. Aber gut. Das war jetzt nur hier zum Aufwärmen. Makakenhäuptling. Seine Schritte gewandt. Bekommt er nicht tot. Leben hat Bestand. Okay. So, da unten komme ich jetzt. Das ist wieder tausend Meter weg. Und da sind die ganzen Bros. Was? Oh, ja. Oh. 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 Da ist einer. Steckt sich. Hey, 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 hey. Na, husten und dann sterben. Ja, ja, so geht das. Na. Na. Bleib stehen. Niederliegen. Was? Was macht er da? Was ist das jetzt? Was? Für eine Zeitlupe. Seh nicht. Ist er weg? Hat er sich verpisst, oder what? Feigling. Nichts, dass der da jetzt... Ich höre es da klingeln. Nichts, dass der da jetzt um die Ecke schießt. Kleine Heslon. Ich bin hier der einzige Affe, ne? Freundchen. Da unten echt nix? Glaube ich nicht. Fuchst mich schon wie Sorge, Leute. Ich muss nochmal zurück. Ich trau dem Raten hier halt nie, ne? Okay. Es ist nix. Ja, es ist nix. Ich will ja nicht was auslassen. Ich brauche den ganzen Scheiß. So. Ach, die Treppen hier. Ist ja anstrengend. Naja, genau. Legt die nieder. Ja, da ist auf jeden Fall was. Ich sehe es. Ne Kiste. Was gibt's? Wieder das Zeug. Ah, kalte Eisenblätter. Geil. Da können wir beim nächsten Ding weiter schmieden. Was wir unbedingt noch brauchen, ist ein so ein... Für den Stab hier. Ein so ein Dings. Okay. Hi, Bro. Da ist das da drüben. Hier geht's auch hoch. Okay. Dann wird's wohl der. Erstmal. Entscht. Oh, okay. Auch. Oh, ja. Oh, ja, oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. so dass wir haben da zwei stück so was haben wir denn wir haben die stoßhaltung gerade das braucht man zwei verteilen sie die hosterei schneide alles raus mache ich immer quack quack rein so hier gibt es was es war das geistessenz die schon lange leer wie oft trinke ich jetzt an der leeren tasse weiß kein mensch war man da rein nein hier noch was nein ist das spiel geil ja so na gut dann haben wir das hier gemacht dann geht es weiter hier was nein geben wir hier die treppe hoch ja ein bisschen gruselig ist doch schon was geht jetzt hier okay okay so das ist nicht so ein schreien so langsam geht mir mein säftli aus aber das fühlt sich ja immer wieder auf hier ein bisschen da unten ist eine kiste da ist wahrscheinlich nur wieder gold drin okay gehen wir erstmal zur kiste so fairen waffen wären natürlich auch hervorragend lasst mich in frieden ich muss zur kiste 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 da sind wieder gold stücke drin war ... ... ... ... ... ... Per Hilder heißen Sand. Ja, richtig geil. Ja. Okay. Wir gehen da hinten rum oder hier rum? Wir gehen erst mal hier rum. Cool wäre jetzt so eine scheiß Dings. Ah, nee. Mist. Was ist denn das, Leute? Fliegende Pimmel oder was? Cool. Da wollte ich nicht hin. Ich kann nichts machen. Nicht, dass ihr denkt, da... Da gäbe es bestimmt noch was zu holen. Aber gut, jetzt fliegen wir halt. Geil, wenn wir das immer machen könnten. Dann wäre das Spiel schnell um. Und? Wohin geht's denn? Gehen das? Wohin? Wohin fliegen wir? Wo sind wir hingekommen? See that temple on the lake? Therein lies the thing you seek. The lord of this land is away. Seize it now and leave. Okay. Bro, wenn du das sagst, dann machen wir das einfach, wa? Oh geil, Dings. Oh, schnell, schnell. Heuscherwerk darbieten. So. Schmiede. Rüstung herstellen. Ah. Hammer. okay geil okay geil noch sind wir nicht fertig Waffen herstellen die hier plus 70 Säulenkampfpose aha dann müssen wir bei der Selbstbestimmung kurz mal umbasteln ja sorry das gehört aber dazu 3 haben wir noch auch geil schwere Angriffe die einen Fokuspunkt kosten fügende Gegner basierend auf dessen wir bleiben zusätzlich cool haben wir jetzt so gemacht ja ist immer richtig cool wir könnten nochmal zurück ja zu dem Tempel soll man sagt okay was geht hier ich geh mal straight zu dem Tempel ohne hier ist rutschig naja so so kann ich ach so war ich ich hätte aber rasten sollen aber jetzt nicht schlau und was gibt's da ein Fisch ein Koi ja bin ich mal gespannt das gefällt mir nicht was ist denn das wenn das wenn das was was he was all about weeping Okay. Was macht er jetzt? Nee, deine Ehren, Brudi. Gang, Jing, Long. Okay. Was hakt denn das jetzt? Okay, geil. Ja, das schreit nach. Das ist ein geiles Foto. Cooler Drache eigentlich, ne? Ja, wir hätten eh rasten sollen. Ich lebe noch. Das ist ja faszinierend. Schockresistenz. Da kann man doch was braunen, so wie ich mich erinnern kann, ne? Medizin herstellen. Hier war das. Nur einen kann ich machen, weil ja, die Lotus fehlt. Nein. Okay. Okay. Wir schauen uns jetzt hier erstmal um. Ich muss ja nicht gleich immer hier schon wieder krasser Bosskampf sein, ne? so. So. Erstmal aufräumen hier. Gucken, was sonst noch gibt. Da ist ne Kiste. Gibt's genug? Doch. 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 Ah, der Stock geht gut. Ach. E على Nickel, die Schmerz. encontrar. Boah. Ach. Wir haben hier. Ich mach mich. Wir haben hier. Wir haben hier. den auch weg da mal öffnen wer lebt da jetzt noch ich bin da gerade an der kiste noch ein so weiter geht gar keinen bock auf den poster zum wasserfall schön oder wenn man nicht hin da kommen wir wahrscheinlich auch nicht weit hätte mich auch gewundert da unten ist noch was wer bist du da kann man meditieren sehr gut ja jetzt gut dann gibt es noch ein geister funken hier nicht da raus okay ja dann ich bin bereit ja Das war nichts, Spatzi. Oh, er macht Nikaschen. So, jetzt bin ich bereit. Dann komm runter. Ja. Ja. Jetzt ist gut. Ja. Aha. Krummgefliege macht gar keinen Sinn. Schneller aufstehen. Ach, scheiße. Ja. Ja. Oh, schön. Das war ein, das war ein hier. Scheiße, ne ne, ah, der hat auch wehgetan, jetzt haben wir den Ball, jetzt haben wir den Ball. Komm, doch, reinschlagen. Sieg. Ui, 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 ah, ah, jetzt nicht einer der ganz schweren, Gott sei Dank. Was können wir jetzt schwimmen? Digga, was machen wir denn da? Wieso renne ich denn jetzt? Wer ist näher? Okay. Aua. Das hab ich geträumt, wa? Da ist alles Creep, Alter. Reicht der Bargode? Wo bin ich denn im Knast? Sehr schön. Geisterfunke. Geisterfunke. Okay. Nicht schlecht, meine Damen und Herren. Das war's für heute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo und was sonst noch. Und ja, war geil. Spaß beim Zocken. Wir sehen uns da, bei mir geht's.